Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf den geckocraft.de-Server. Mein Name ist Minecraft953 alias Patrick und ja, wir sind hier dabei bei einer Let's Play Runde und wir waren ja hier stehen geblieben und haben hier unsere Sachen abgeliefert. Hier sind auch gerade zwei Mitglieder oder beziehungsweise Teamler von den geckocraft.de-Server. Einmal den Exodevil, das Pinguin der Stadt, ja mit einem A und ein Moderator, den Andro Will. Ja, geile Sache. Ja, wir haben ja hier ein paar Sachen gefunden, aber wir müssen ja natürlich noch ein bisschen weiter farmen. Aber ich habe mir überlegt gehabt, was kann man machen, aber wir gehen erstmal farmen. Mit den Befehl Slash F2 und schwapp, sei dabei in der Farmwelt Teil 2 Checkpoint 2. Ha, ja 13 Uhr 13, einer denkt an mich und ja, macht gerade einen Scheiß, weiß der Geil was. Aber 1x1 Löcher sind ja echt gemein, deswegen gehe ich hier jetzt doch mal meinen. Würde ich sagen, tue ich es nicht. Äh, ja, hier bin ich. Drehe Video. Habt ihr Grüße oder nicht, schreibt es jetzt und grüßt einfach los. So, wir machen mal eine schöne Art Mining, nämlich Strip Mining und, äh, bin gespannt, exocraft.de. Okay, wir sind jetzt auch bald so weit, dass es hier The Walls auf dem Server gibt und ja, ich werde nochmal im Forum eine, ähm, Bekanntschaft machen. Das heißt, eine Umfrage machen, was ihr von Team Events haltet. Jungs, grüßt, grüßt wem. Los, grüßen. Ah, Eisen, Eisen. Die schreiben jetzt, ich grüße. Ja, 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 wen grüßt du? Wen grüßt du? Wen grüßt du? Los, 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 los. Hey an alle Minecraft 953 Fans, schaut seine Videos und joint bei uns vorbei. Viel Spaß noch. Haha, geil. Mast schon dein nächstes Video? Ja, ich mache mein nächstes Video. Ich grüße auch noch ein paar Leute, einmal den Baba43, den Exodevil und ich habe was gemerkt, Leute. Hier gibt es sehr viele Patricks, also, kommt ihr mit mir nicht klar, kommt die Patrick Armee? Auf jeden Fall, ja. Gecko Craft ist supergeil, joint, Leute. Ja, joint, Leute, das meint er wirklich. Werbung, ja, kleine Schleichwerbung, aber ist ja okay. Äh, bin, äh, zwei. Ja, mal gucken, ob sie mich finden. Oh, hier ist Gravie, Gravie kann ich ja gut gebrauchen. Äh, so, 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 so. So, 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 so. Ich glaube, du findest mich aber so oder so nicht. Hahaha. Ja. Wow, geil. Krass. Da war ein Creeper. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Oh, das passt. Alter, da oben. So. So. So, 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 so. So. Und jetzt hier hochflitzen. Äh, in so einer Mine bin ich. Äh, Mine? Mine! Äh, oh, Kohle. Äh, gleich. Äh, gleich. Äh, gleich. Gleich, gleich, gleich. Oh, man. So, hier noch die Kohle schnell abmachen. Und ihr könnt natürlich auch in den Kommentaren entscheiden, wie viele Folgen es von diesen Let's Play geben soll. Weil so ein Haus ist ja natürlich nicht von heute auf morgen schon fertig gebaut. Und dann kann ich auch mal am Tag zwei Folgen hochladen. Eine morgens und eine abends. Wenn ihr das wollt. Und, ähm, schreibt das einfach in den Kommentaren rein. Würde mich natürlich, äh, freuen. Äh. Und ich merke gerade, ich hab mir gar nichts zu essen mitgenommen. Klasse. Klasse. Ach, Mann, ey. Ich bin ja ein vergesslicher Typ. Aber sowas von vergesslich. Das glaubt ihr gar nicht. Ich vergesse einiges, wenn man mich nicht dran erinnert. Aber ich bin jetzt hier erstmal gespannt. Äh, hier so ein bisschen. Äh. So. 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 Und jetzt hier ein Bohrer. Bumm. 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 Ladies and gentlemen. My name is Minecraft 952. Und, ja, der muss ja mal nicht über, äh, treiben. Nö. Nö, 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 nö. Schnell nach Hause, schnell, nö, schnell nach Hause. Bitte, Mama, Mama, Mama. Die ärgern mich, oh Mann. So. Schnell nach Hause. Essen holen. Und mich nicht ärgern lassen. Denn Mama hat immer gesagt gehabt, ich darf mich nicht ärgern lassen. Ich soll das nicht machen. Ne, 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 ne. Nicht mit mir, Leute. Nicht mit mir. So. So, jetzt hier nochmal eben schnell den hier, den hier, den hier, den hier. Ein Ofen bauen. Man braucht ja natürlich auch einen Ofen hier. Ich glaube, ich habe nämlich da schon einen in der Truhe dran. Aber, naja, Dummheit tut weh und sollte auch nicht bestraft werden. So, jetzt machen wir da den Flint rein. Und, äh, was bräuchten wir noch? Wir bräuchten noch eine Truhe. So. 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 So, 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 so. Ja, die Musik kommt von KST Beats. Habt ihr ja gerade gehört. Könnt ihr euch mal reinziehen? Sind geile Beats. Oh, ne. Ich nehme da Chicken. Yannick Mac Chicken. So. Noch ein Chicken. Uh. Aber das ist noch roh. Ne. Nicht mit mir. Aber heftig, ey. Da baut einer so eine Gronkh Farm. Und hier das Hotel. Und hier Yannick der Piep. Und da drüben Kölner 12345 sein G.S. Aber der hat auch noch nichts gebaut. Ich bin gespannt. Die sind so das Ohrle schneller als ich. Denn ich mache ja die Videofolgen. Aber, äh. Leute. Ich glaube, das war es erstmal wieder von einer neuen Folge auf geckocraft.de. Schaltet ein. Seid dabei. Und, ja. Ich freue mich, euch auf den Server zu sehen. Mein Name ist Minecraft953 alias Patrick. Ich sag bis dann, Leute. Und ciao. Euer Patrick von geckocraft.de. Haha.